Papa, ich hab das jetzt alles mal ausgerechnet. Was denn? Wir müssen Mama rausschmeißen. Was? Ja, sie verursacht nur Kosten und bringt uns effektiv rein gar nichts. Da sind wir besser dran, wenn wir uns eine Haushaltshilfe holen. Sag mal zu, ich liebe deine Mutter. Liebe, das ist doch kein Argument. Ich meine, was macht sie? Sie kümmert sich um die Kinder in der dritten Welt. Sie macht ihre Wohltätigkeitsveranstaltungen. Ja, ehrenamtlich, da kommt doch nichts rein. Mensch, wach auf. Du bist ein Mann in den besten Jahren und verplemperst deine Zeit mit deiner eigenen Frau. Du hast echt was Besseres verdient. Papa, andere Männer in deinem Alter haben alle eine Freundin. Ja, ihr könnt ja Freunde bleiben. Und wovon soll Mama dann leben? Wir brauchen doch dann eine Haushaltshilfe. Na, Haushaltshilfe, du bist ja wohl verrückt. Wieso? Na ja, deine Mutter kann nicht kochen, ist unzuverlässig und klaut. Na, 15a.